Dann erzählen wir uns Märchen. Zuerst ging der Storch die Webs, der Osterhase die Oster-Einheit und der Weihnachtsmann, der bringt die Geschichte. Später erzählen wir die Geschichten von Prinzen auf den weißen Pferden. Und danach, danach sahen sie die Welt wieder wunderbar und es herrscht ja immer Frieden, Freude, Liebe. Doch das alles ist Märchen. Musik 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 I don't thank you, too, but sometimes in my days, I can hear you sing, tell me, the same old fairy days.